Dein Tag. Deine Zeit. Dein Plan. Nimm uns mit, klapp deinen Laptop auf und lerne wann es dir passt. Die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin hat deine Bedürfnisse erfasst und einen Studiengang erstellt, der sich nach deinem Tag richtet. Zu den Präsenzzeiten lernen wir gemeinsam in Kleingruppen. Nah an der Praxis, nah am hier und nah am jetzt. Jetzt informieren und zum Wintersemester studieren. Bettner. 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 Untertitelung des ZDF, 2020